Hi Freunde, vielen Dank fürs Wiedereinschalten, schön, dass ihr wieder da seid zum nächsten Part und zwar zu den Teams to play für den Football Manager 2023, vielleicht eine ganz coole Inspiration für euch, ich muss sagen, so ein bisschen Bock hätte ich jetzt auch auf diesen Safe, also hätte ich mich nicht schon entschieden für einen Safe, mit dem ich starte, dann würde ich mich vielleicht jetzt sogar noch ein bisschen umstimmen lassen, aber vielleicht kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt mal zu dem Safe, beziehungsweise vielleicht ist es eine Inspiration für euch, und zwar geht es um den FC Südtirol, Grüße an den Matthias, der ist großer Südtirol-Fan, also ich glaube zumindest privat und auch fußballerisch hat er den Verein sehr sehr gern gehabt, der hat auch einen Safe gehabt, den ich mal vorgestellt habe mit ihm, wenn ihr euch erinnern könnt und der FC Südtirol ist spannend, weil sie zum ersten Mal in ihrer Vereinskarriere in die Serie B aufgestiegen sind, das heißt man kann sie jetzt gut spielen und man hat eine sehr schwierige Herausforderung, denn Medientipp ist Platz 20, also letzter Platz in der Liga und warum ist der FC Südtirol noch interessant, man könnte halt super eine Local Challenge machen, das hat der Matthias ja versucht, er hat am Anfang glaube ich nur italienische und österreichische Spieler verpflichtet und dann mit der Zeit könnte man halt versuchen, einfach die Region ein bisschen zu pushen, die Region Südtirol, also viele Möglichkeiten, warum dieser Safe interessant ist und jetzt schauen wir einfach mal rein, was man, ja, was einem in diesem Safe so erwartet, bin mal gespannt. Also wie gesagt, Platz 20 wird circa erwartet und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in der zweitöchsten Spielklasse Italiens. Wir schauen mal auf den Fantyp, da sehen wir 9% Ultras, also der Anteil ist jetzt glaube ich etwas kleiner als bei dem Safe, den wir mit Sturm Graz haben im Moment, 400 Saisontickets momentan verkauft und als erstes würde ich sagen, gehen wir mal auf die Vereinsziele. Was wird erwartet vom Vorstand, wird erwartet, dass man versucht, nicht aus der Serie B abzusteigen, das heißt also kurz gesagt mal, selbst wenn ihr absteigen würdet, könnte es sein, dass ihr nicht aus der Mannschaft fliegt, sondern den Verein dann nochmal vielleicht stärker nach oben bringen könnt und die Hauptrunde des Copa Italia Fanta zu erreichen. Fanta heißt ja wirklich und wird von Coca-Cola gesponsert, na sehr, sehr spannend. Ich meine, die gehören ja zusammen, also so gesehen, aber trotzdem irgendwie schräg. 2, 23, 24 steht dann, dass man versuchen soll, sich in der Serie B zu etablieren und selbsttragend werden, also dass man sich eben gut selbst finanzieren kann. Also es wird hier nicht viel erwartet, das heißt, das ist vielleicht ein Safe, der sehr interessant sein kann, aber nicht den riesen Druck hat, außer eben den Druck, den man sich selber macht, wenn man die Klasse halten möchte. Da sieht man auf jeden Fall Serie B halten und dort einfach bleiben, so gut es geht. Ausgeglichene Transferbilanz wäre noch wichtig, Ansehen des Vereins steigern und Gehaltsbudget einhalten. Also wie gesagt, sehr bodenständig, so sind sie halt die Südtiroler. Ich war ja im Sommer auch Südtirol-Urlaub sehr, sehr zu empfehlen. Was erwarten die Fans? Supporter-Culture, österreichische und italienische Spieler verpflichten, österreichische von der Wichtigkeit ein bisschen geringer als italienische. Oberhand gegen unseren Rivalen Trento behalten, wenn man gegen sie spielt und den Abstieg verhindern. Wie schaut es aus? Trento ist in der Serie C, das heißt, da hat man jetzt im Moment eh noch kein Duell, aber zumindest kann man das ja mal im Hinterkopf bewahren. Wie schaut es finanziell aus? 500.000 auf dem Konto, 500.000 Transferbudget, also ihr könnt das komplette Konto gleich mal leer räumen. Jetzt muss ich da auch nochmal kurz durchklicken. Man sieht kein Gehaltsbudget, das heißt, hier müsste man ein bisschen was freimachen, damit man dann auch Spieler holen kann. Aber zumindest 500.000 Transferbudget finde ich schon mal gar nicht so wenig. Schauen wir vielleicht nochmal kurz auf die Liga, damit wir auch die Konkurrenz so ein bisschen sehen. Wer ist in der Serie B? Palma mit einem Gianluigi Buffon im Tor, das ist natürlich auch cool. Vielleicht wäre auch deswegen Palma ein ganz interessanter Safe. Und da sieht man schon, dass da einige sind, die erst vor kurzem in der Serie A waren oder wo es zumindest nicht so lange her ist. Also die Konkurrenz ist groß. Man sieht hier, Benevento war oben, Brescia war oben, Cagliari war oben. Man sieht Genua natürlich. Modena, Palermo, Palma, Perugia, Pisa auch interessant. Regina war Ende der 90er mal oben, wenn ich mich recht erinnere. Spal und Venedig. Also Puh, Konkurrenz ist heftig. Aber ich meine, man muss halt einfach mal schauen, dass man nicht hier runter rutscht. Und das muss irgendwie möglich sein. So ehrlich muss man sein. Also ich kann nur hoffen, dass das irgendwie möglich ist, weil ich die Aufgabe auf jeden Fall jetzt schon ganz cool finde. Und würde mich sehr freuen, wenn das einer von euch mal übernimmt und mir dann ein Safe Game kriegt. So, Finanzen haben wir gecheckt, Verein haben wir gecheckt. Schauen wir mal auf die Mannschaft selbst. Altersstruktur sehen wir keiner unter 20. 21 ist der jüngste. Und wir haben viele über 30. Das heißt, das ist in Italien jetzt nicht super selten. Also das sieht man immer wieder mal von der Altersstruktur her. Aber da muss man halt echt schauen, wie man das hinkriegt. Dann sieht man hier auch die blau gefärbten Spieler. Das sind die, die aktuell geliehen sind. Das heißt, von den jungen Talenten her ist der jüngste 22, der einem selbst gehört. Wir werden dann noch einen Blick in die zweite Mannschaft und in die Jugend werfen. Aber da sieht man schon, die Mannschaft ist relativ alt. Versuchen wir es positiv zu formulieren. Sie verfügt über viel Erfahrung. Im Tor, Giacomo Poluzzi. Kennt man, glaube ich, nicht wirklich. Sehr niedrige Sprunghöhe. Aber ja, ist okay. Also, ja, Niveau ist nicht unbedingt überragend. Ich würde ehrlich gesagt sagen, das wäre ein ganz cooler Backup noch für ein oder zwei Jahre. Aber da wäre es eigentlich schon ganz cool, wenn man da einen besseren hat. Stattdessen hat man ihn hier noch. Auch Alessandro Iacobucci. Bisschen höhere Sprunghöhe. Ist nicht wirklich viel schlechter. Also, da könnte man halt auch schauen, ob man vielleicht einfach nur einen von den beiden behält und einen jungen dazu holt. Muss man sich anschauen. Dann haben sie rechts hinten Filippo de Coll. Der gefällt mir gut. Da ist halt wer dran. Frosinone, okay. Aber da sieht man schon, dass das einer ist, der sehr viel drauf hat. Defensiv sehr stark ist. Offensiv brauchbar. Mental und körperlich gut. Also, der kann schon was. Dazu gibt es noch den Filippo Berra. Der auch ganz gut ist eigentlich. Also, rechts hinten sieht schon mal nicht so schlecht aus. Wie schaut es links hinten aus? Schauen wir da rüber. Tommaso Dorazio. 32 Jahre alt. Ja, auch ein ganz guter. Grundfit ist nur elf. Also, der wird recht schnell abbauen. Simone Davi. Grundfit ist nur neun. Aber er ist halt noch jung. Ist auch ganz in Ordnung. Kann sehr gut flanken. Gute Kopfballtechnik. Ist als Außenverteidiger jetzt vielleicht nicht so wichtig, aber schadet sicherlich nicht. Also, das ist schon ganz in Ordnung. Dann sehen wir Innenverteidigung. Masiello. Den kennt man noch. Bergamo, genau. Hat er den mal in einem Ultimate Team, glaube ich, bei mir. Nicht unbedingt der schnellste. Auch nicht unbedingt die beste Sprunghöhe. Da muss man halt echt überlegen, was man mit dem macht. Ja, ich meine, für die Serie B wird es reichen. Für dieses eine Jahr noch. Gerade ist gekommen. Erfahrene Verstärkung auf jeden Fall. Führungsqualitäten sind auch gut. Das schadet sicherlich nicht. Aber fußballerisch geht es sicherlich besser. Dann einen jungen, äh, nicht so jungen Franzosen. Da ist Bastia interessiert. Ja. Naja. Also, den kann man dann durchaus abgeben, würde ich sagen. Dafür gibt es ihn hier. Alberto Barison. Der gefällt mir ganz gut. Giovanni Zaro. Der hat eine super Sprunghöhe. Gute Kopfballtechnik. Der ist auch bei den Standards gefährlich. Der gefällt mir da fast noch am besten im Moment mal. Uh, 23 Jahre alt. Marco Curto. Auf den würde ich auf jeden Fall setzen. Also, ich würde wahrscheinlich mit den beiden im Stamm spielen. Und Marcello vielleicht sogar noch als Backup nehmen. Aber, ist die Frage. Dazu gibt es noch einen Simone Davi. Der kann rechts und links spielen. Obwohl er nur linksfuß ist. Ja. Dann, Schiavone. Andrea Schiavone. Schiavone, so. Den kenne ich noch. Aber ich überlege gerade, woher. Oder ich verwechsel ihn. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall. Modena vielleicht. Ich kann es nicht mehr sagen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr brauchbarer Spieler. Körperlich ganz gut. Mental ganz gut. Technisch super Passgeber. Also ein sehr guter, zurückgezogener Spielmacher. Dann Marco Pompetti. Könnte man auch kennen. Geliehen von Inter. Ich kenne ihn halt aus meinem Inter Mailand privaten Safe. Auch ganz brauchbar. Gutes Talent auf jeden Fall. Keine Kaufoption. Dafür läuft der Vertrag aus. Also vielleicht kann man den dann ablösefrei erhalten. Das ist schon eine ganz coole Geschichte. Dann gibt es den Hans Kaviglia. Auch ein ganz gutes Talent. Also das sind schon solide Spieler dabei. Der ist halt auch wieder geliehen. Juve. Der Vertrag läuft nicht aus. Kann man dann schauen, ob man den vielleicht verlängern kann. Haben wir uns den schon angeschaut. Ich glaube noch nicht. Der ist rechts ganz schnell. Auch ganz gut. Marco Moscati. Ist kaum, also eigentlich keine Schwachstellen. Super Box-to-Box-Spieler natürlich. Das bietet sich an. Weil er auch eine sehr gute Ausdauer hat und Einsatzfreude. Und offensiv wie defensiv stark ist. Also den würde ich wahrscheinlich von der Transferliste streichen. Gefällt mir ganz gut. Was war denn das jetzt? Egal. Giovanni Groschata. Mental sehr gut. Durchaus brauchbar. Jaka Mavuli. Cooler Name. Aus Ghana. Körperlich sehr gut mit einer Sprunghöhe von 14. Dann hier wieder eine geliehenen. Also was man da schon sieht, ist im Mittelfeld ist extrem viel geliehen. Aber es ist auch Qualität da. Muss man ganz ehrlich sagen. Bin ich persönlich jetzt stärker als die Defensive. Daniele Casiraghi. Sein Vater. Falls das sein Vater war, war mal Stürmer bei Lazio. Ich glaube Lazio war das. Ziemlich cooler Typ. Ziemlich stark zumindest damals. Ende der 90er. Oder in den 90ern. Mirko Caretta. Ja, 31 Jahre alt. So, hier haben wir noch einen 31-jährigen Sieger. Also was ich so schon merke, wenn ich die Spieler so durchschaue, ist, es sticht niemand so wirklich komplett raus. Der ist noch ganz interessant, weil der ein super Talent ist. Der Trag läuft nicht aus. Schwierig den zu halten, wahrscheinlich. Galopini ist verliehen. Matias Brocati. Also da wird es, glaube ich, wirklich schwierig sein, einen Weg zu finden, wie man spielen möchte und wie man aufstellen möchte. Also ich würde hier wahrscheinlich schauen, dass man eben solche Jungen wie den Matteo Rova dann irgendwie in die Mannschaft einbaut. Man hat sehr viele Flügelspieler dabei. Wie schaut es jetzt stürmermäßig aus? Michele Marconi. 33 Jahre alt. Den kann man schon langsam, glaube ich, auch abgeben. Ist aber gerade erst gekommen. Hat aber ganz gute Fähigkeiten. Also als Backup passt er schon ganz gut. Dann haben wir hier einen Nigerianer. 44 Einsätze bisher. Eigentlich keine gute Torquote, obwohl der ganz gute Fähigkeiten hat. Auch 31 schon. Hier noch ein 27-Jährigen, Davide Voltan. Und dann gibt es noch einen geliehenen Mazzocchi. Den kennen wir. Der wurde mir, glaube ich, mal bei einem Safer empfohlen. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, eh erst im letzten Jahr. Ganz gute Werte. Atalanta Bergamo. Geliehen. Der Vertrag läuft aus. Also auf das muss man auf jeden Fall schauen. Gerade wenn man nicht viel Geld hat und die Spieler schon in der Mannschaft sind. Dass man natürlich eben solche Spieler dann vielleicht ablösefrei bekommen kann. Die dann auch schon integriert sind. Das ist sicherlich keine schlechte Geschichte. Man sieht auf jeden Fall, wenn man nach Fähigkeiten sortiert, dass sich hier zwei Spieler rauskristallisieren. Und zwar den Matteo Rova. Den würde ich wahrscheinlich wirklich links als Außenstürmer spielen lassen. Dazu den Grociata, der im Zentrum sehr, sehr gut ist. Würde ich nicht Ballerobern spielen lassen, weil er nur einen Tacklingwert von 10 hat. Das heißt, der wird dann viele Karten kassieren. Für mich ist der ein Box-to-Box. Weil er gute Ausdauer hat, relativ schnell ist und offensiv wie defensiv stark. Also um die beiden würde ich es mal herum aufbauen. Dann sehen wir hier auch. Also generell, die erste Mannschaft ist hier runter, ist auf jeden Fall vom Alter her auch noch brauchbar. Und dann hast du halt viele dabei, die du aussortieren musst. Und du hast halt keinerlei junge Talente. Also im Sinne von, da sind die ganzen Geliehenen. Dann hast du den Matteo Rova und den Kurto, den ich sowieso auch Stammspieler spielen lassen würde. Und das war es dann mehr oder weniger. Also das wird sicherlich eine Hauptaufgabe. Aber ich würde es wahrscheinlich so angehen, dass ich versuche, den Kader, so gut es geht, wahrscheinlich sogar Zusammenhalt. Da so ein bisschen meine Stammelf finde, die über 30-Jährigen eher so auf der Bank habe als Backups. Und dass ich dann junge Talente hole. Weil da sehe ich eigentlich das größte Potenzial. Weil hier sieht man U20. Katastrophe. Paul Mutschlechner. Juan Eto Lanschner. Das ist ein geiler Name. Ja. Haben alle so geile Namen. Sascha Giacomin Slemmer. Aber hier sehen wir auf jeden Fall, da ist keinerlei Qualität. Schon gar nicht bei Tristan Ruben-Tinus-Lohhof. Hammer Name. Tristan, falls du zusiehst, ich hätte gerne deinen Namen. Ziemlich cool. Hier sehen wir. Ein passables Talent. Mangini. Ein junger Albaner. Den würde ich gleich mal einen Profi-Vertrag geben. Weil das ist wirklich der einzig brauchbare, den du irgendwie nach oben ziehen könntest. Also da würde ich auf jeden Fall genau eben so ansetzen, dass man sagt, okay, man versucht hier mal einen Stamm zu finden, um die, man sortiert einfach mal nach Stärke, versucht um diese Spieler herum einen Stamm zu finden. Eben die über 30-Jährigen und vielleicht auch die Leihspieler, die man nicht unbedingt bekommen wird, als Backups nehmen und dann versuchen, junge Talente dazu zu holen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Qualität reichen könnte, auch wenn die Konkurrenz groß ist. Aber ich glaube, das ist durchaus drin, dass man dann so vielleicht irgendwie die Liga hält. Was gibt es für Einrichtungen im Club? Man sieht 5000er Stadion. Eppern an der Weinstraße, wunderbarer Name. Man sieht, die Nachwuchsrekrutierung 5 von 8 ist relativ gut. Auch die Trainingseinrichtung 7 von 10 ist echt nicht so schlecht. Wurde 2019 scheinbar erst umgebaut. Aber da ist halt auch noch viel Luft nach oben. Also es ist schon eine spannende Geschichte, muss ich echt sagen. Also bei dem Safe, wie gesagt, ich würde mal schauen, dass man finanziell gut aufgestellt ist, dass man die ersten Jahre vielleicht einfach generell auch nur mit Ablösefreien arbeitet und gar nicht zu sehr schaut, dass man da irgendwie Geld in die Hand nimmt. Ich würde alles in Richtung Talente investieren, wenn ich da irgendein Spiel erhole. Also auch ablösefrei würde ich schauen, dass ich da echt junge Spieler hole, weil ich glaube, die Qualität jetzt könnte ausreichen, um die Klasse zu halten. Und ja, dann muss man halt schauen, dass man finanziell auch ein bisschen, ja dann vielleicht diese jungen Talente ein, zwei Jahre behält und dann halt teuer weiterverkauft, damit einfach ein bisschen Geld in die Kassen kommt. Dann kannst du nämlich wirklich mal beginnen, Spieler zu kaufen auch mit Ablöse und auch beginnen in den Verein zu investieren. Aber es ist eine schöne Herausforderung. Also bin gespannt, ob es der ein oder andere von euch übernimmt und mir dann ein Safe Game schickt. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ja, wenn ihr noch einen Vorschlag habt, was Teams2Play angeht, bitte ab in die Kommentare, welche Mannschaft und warum. Vielleicht lasse ich mich ja überzeugen für ein zusätzliches Video. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Bis bald. Danke. Ciao. 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 Ciao.